Ja hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Heute spielen wir das Spiel Melter. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Na hallo nochmal und herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Ihr habt ja gerade eben schon gehört, welches Spiel wir spielen. Wir spielen heute Smelter. Eine Mischung aus einem Action- und einem Strategiespiel. Und es ist offenbar auch ein bisschen am Mega Man angelehnt, so wie ich das vom Trailer her gesehen habe. Also, wir starten jetzt einfach mal das Spiel, bevor ich mich hier groß reinrede. Ja, ich hatte noch ein bisschen Geld übrig auf der Switch. Also bei mir, ihr wisst das ja selber, dass ich da immer so diese Goldpunkte sammle. Und ich hatte tatsächlich genügend Goldpunkte gesammelt, um mir ein Spiel für 17 Euro kaufen zu können. Fragt mich nicht, warum ich die so hart gesammelt habe. Ich hatte einfach keinen Bock, die auszugeben. Und dachte mir, hey komm, das Spiel sieht interessant aus. Monster Sanctuary hast du bald durch. Dann kannst du ja das hier schon mal angucken. Vielleicht löst das ja Monster Sanctuary für das Samstagsprogramm ab. Die tragen noch Klamotten, Leute. Ich muss nichts zensieren. Wir haben hier Romeo und... Ne, nicht Romeo und Julia. Ähm, Adam und Eva. Wenn ich zwischen den beiden nehmen kann... Der Kerl hat mir zu kurze Haare mal wieder. Ah, die veressen die verbotene Frucht. Ihr wisst, wenn ich was haben muss vom Charakter her, dann sind es lange Haare. Mir ist das Geschlecht dabei scheißegal. Hauptsache die Haare sind lang. Ich hasse kurzer. Ich hatte sogar recht mit Adam und Eva. Niemals hätte... Ich glaube, das würde ich nicht schnell genug lesen können. Ja. Adam hat die Frucht gegessen. Hat Eva in ein weißes Licht gefallen. Es war nicht komplett dunkel. Das wäre viel zu unheimlich. Ja, warum soll sie sich auf Höhe stellen denn, du Kleid, ne? Du kennst doch die Dunkelheit, wenn man seine Augen schließt, oder? So ungefähr war sie diese Dunkelheit. Schön, dass sie auch noch Vergleiche da reinschmeißen. Die nehmen mir den Job damit ab. Wie bitte? Was meinst du mit... Nicht abschweifen. Ich schweife nicht ab. Hast du noch nie etwas von Narration gehört? Ich versuche hier ein eindrucksvolles Bild für die Spieler zu zeichnen. Wie wäre es, wenn ich mal einen Job mache und du deinen? Ey, das habe nicht ich da hingeschrieben. Das ist tatsächlich vom D-Macher selbst. Okay, dann mache es mir jetzt schon sympathisch. Wenn er so eine Story da einfach reinbringt. Während sie immer tiefer fiel, wäre ein schwaches, wachkühnes Licht unter ihr zu schimmern. Sie wusste nicht, was mit ihr geschehen würde, würde sie das Licht erreichen. Und dies ist, wie Evas Geschichte bekannt. Ich habe Adam und Eva aber ein bisschen anders in Erinnerung. Guck mal, das Spiel nimmt mir sogar die Auswahl ab. Ich nehme so oder so, Eva. Nein, ich wusste schon, dass ich Eva nehmen muss. Das hat man auch in der Spielschreibung gesehen. Adam? Wir liegen hier. Oh nein, sie ist sich bewusst geworden, wo sie ist. Naja, ich weiß es ja noch nicht mal. Okay, mit B springen. Mit Y kann ich jemanden ins Gesicht treten. Zack. Ich kann auch in der Luft treten. Ich schätze mal, dass ich nicht da reinspringen will. Das war ja easy. Oh, die Plattform, die ging kaputt. Ui. Nicht da runterfallen. Das wäre bestimmt schmerzhaft. Oh, Nerdbeben. Oh nein. Ich glaube, ich sollte laufen. Ich sollte definitiv laufen. Nicht stehen bleiben, Fräulein. Spring weiter. Nee, da komme ich nicht mehr zurück. Vergiss es. Ich hoffe im Übrigen, dass ich die Lautstärke hier richtig eingestellt habe. Ey. Höre ich da etwas Schritte? Sollte jemand dort oben sein? Dann hilf. Bitte hilf mir. Ich komme schon. Ich weiß zwar nicht, wer mich ruft, aber ich komme einfach. Unfassbar. Ich wusste, dass ich recht hatte. Hey du. Die da so herumtrabbelt. Ich bin hier unten. Kannst du herunterkommen und mir helfen? Hier könnte alles jede Sekunde einstürzen. Ich will nicht, dass mein schönes Gesicht zu matsch wird. Oh Mist. Klingt, als würde es schon losgehen. Mein Ende ist wohl gekommen. Meins. Ist das Ding gemeint? Hey. Ernsthaft. Ich hänge hier fest. Ist ja gut. Ah, da. Was bist du? Du hast dir ganz schön Zeit gelassen. Aber ich schulde dir etwas. Wie zum Teufel bist du hier überhaupt gelandet? Eva. Hm. Interessant. Sehr interessant. Manche sagen, Schweigen ist gut. Aber du liebst diese Devise ja richtig aus, oder? Lass mich mal eben deine Gedanken lesen. Hm. Ah. Hm. Ich verstehe. Du suchst also deinen Mann. Habe ich recht? Ich habe sicher recht. Sag mir, dass ich recht habe. Sieht glücklich aus. Dein Blick deutet... Dein Blick deutet ich also als ein Ja. Huch. Wo sind denn meine Manieren geblieben? Mein Name ist... Ähm... Smelter. Ja, das gefällt mir. Sorry. Denn... Namen, den dir... Den mir meine Freunde geben, ist schwer auszusprechen. So viele Vokale und ähm... Guturale Laute. Ich bin ein typischer Engel. Ein wirklich guter. Ich werde nicht böse sein, aber du siehst mir nicht nach einem Engel aus. Oh nein. Jetzt kommt tatsächlich alles runter. Was passiert denn hier? Schnell. Komm. Flutsch die Pups mit mir. Was soll ich? Aber nein. Das ist ganz normal. Bleib einfach ruhig stehen. Das erinnert mich jetzt so ganz klein bisschen an Killer-Käse... äh, dieses Ding. Sogar das Outfit ist ungefähr in der Richtung. Wie von Ryuko. Welch wunderbare Pose und tolle Präsentation. Da kommen Erinnerungen hoch. Aber nicht so wichtig. Zerstören die Blockaden, damit wir hier rauskommen. Okay. Einfach gegentreten und weg. Läuft doch. So, jetzt beginnt es erst richtig, ne? Wir haben keine Zeit zum Trödeln. Aber wie du vielleicht... Äh, bereits bemerkt hast du, wir... Geflutsche Pups. Ich will mal kurz sagen. Ist dir kein besserer Begriff dafür eingefallen? Geflutsche Pups? Das klingt so, als hätte es ein Dreieck hergeschrieben. Deshalb kannst du mich nun drüberziehen. An diesem wunderbaren Ritual, welch meinesgleichen so entwickelt hat, bist du jetzt nicht mehr so leicht zu zerquetschen. Weißt du, früher gab es mehr von meiner Art. Moment, was mache ich denn hier? Wir haben keine Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen. Wir müssen aus diesem Höllenloch hinaus, bevor ihr alles einstürzt. Du musst wohl einige Sachen unterwegs lernen. Vorwärts. Okay. Jetzt habe ich also Smelter bei mir. Ich bin also nicht mehr allein. Jetzt habe ich auch einen Dash. Und ich kann grabben. Dich will ich treten. Ich kann Walljumpen. Mehr oder weniger. Wofür habe ich diese Technik, wenn sie nicht gegen die funktioniert? Kann ich sie anderwertig verwenden? Jump los, Eva! Ich habe die Story zwar immer noch anders im Kopf, aber das ist ja egal. Oh, das ist eines dieser antiken Dingsis. Ich glaube, es heißt... Klee Point? Nein, das klingt komisch. Hm. Ah, das wird mir schon wieder einfallen. Versuch, Smelten einzusetzen. Ah, das ist diese Fähigkeit, die ich da habe. Mit Smelters Fähigkeit, das Smelten, können verschiedene Objekte, die grünen leuchten, beeinflusst werden. Gegner, die grünen leuchten, können sogar für mehr HP gemeldet werden. Ah, okay. Also wenn ich jetzt das mache, kriege ich irgendwas. Oh, wo? Ach ja. Sie werden ja so schnell erwachsen. Gut, na dann los. Ich muss vorwärts. Okay. Warum sollte ich an den Dingern langhüpfen, wenn ich einfach die ganze Wand hochkraxeln kann? Der leuchtet doch grün oder nicht? Okay. Nicht die Stacheln berühren. Das tut weh. Hätte ich mir eigentlich zwar auch so denken können, aber man muss es ja auch mal testen, ne? Oh, natürlich, wie spawnt der. Hüpf! Welche Überraschung, wenn das nicht mein Erzfeind ist. Ein Schleim. Ich zeige dir, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Lass uns mal dort rüber gehen und sie die Smelklinge spüren lassen. Ziemlich cooler Name, was? Ich gebe uns etwas saf. Also lasst uns diese Dinger mal ordentlich mit der Smelklinge bearbeiten. Ach, jetzt habe ich auch was anderes. Smelter wird eine mächtige Attacke starten. Sobald Eva Smelklinge voll ist. Jede Smelklinge verbraucht drei Aufschnitte dieser Anzeige. Okay. Zack. Aber ich kann sie doch auch einfach treten. Das funktioniert doch genauso gut. Okay. Okay, wir haben es raus geschafft. Wir haben es zum Ausgang geschafft. Das haben wir alles mir zu verdanken. Eva ist ein bisschen angefressen. Deswegen. Ach, ähm. Du hast natürlich auch ein wenig mitgeholfen. Ist auch egal. Mach dich bereit. Denn als nächstes gehen wir zu den... Grollenden Landen. Völlig uneindruckt. Erstmal müssen wir hier aber raus. Mein Königreich erwartet meine Rückkehr. Aus zu den grollenden Landen. Vorwärts. Hopp, hopp. Okay. Die Steuerung kann ich jederzeit ändern. Schön und gut. Wie gesagt, das ist nicht nur ein Actionspiel, Leute. Das hier ist der Strategie-Teil. Den ich auch schon im Trailer gesehen habe. Meine verehrten Damen und Herren. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir kommen in den grollenden Landen. Jetzt wo wir geflutschte Pups sind. Kann ich nicht einfach sagen, verschmolzen? Kannst du mir helfen, während ich dir bei der Suche nach deinem Adam helfe? Zuerst zeige ich dir mein imposantes Reich. Ach, zum Teufel ist hier passiert. Mein Herz ist noch hier. Aber wo zum Teufel ist der Rest meines Reiches? Euer Harmel, sie sind zurückgekehrt. Ja, das bin ich. Man hat mich bestimmt unglaublich vermisst, nicht wahr? Selbstverständlich, mein Herr. Aber viel wichtiger ist, was ist mit meinem Reich passiert. Ich erwarte eine Erklärung. Natürlich eure mächtige Geflügelheit. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Euer geliebtes Herz und die umliegenden Strukturen wurden beinahe vollständig zerstört. Eure treue Garde hat mit aller Kraft versucht, die Feinde zurückzuschlagen. Aber sie beliebt erfolglos. Ich könnte doch bestimmt etwas gegen diese missliche Lage unternehmen. Nachdem du mich so glücklich darum gebeten hast, werde ich sehen, was ich tun kann. Oh, vielen Dank, mein Herr. Es ist ja Zeit, dass ich meine Flügel ausweite und mich um diese Kerle kümmere. Okay, Angriff in den goldenen Landen, den richtigen Stick. Kann ich so ein bisschen schießen. Eiwart draufhalten. Seht euch dieses furchtbare Chaos an, das sie angerichtet haben. Spitt um Vergebung, Lotz-Mater. Dies beweist, wie sehr ihr hier gebraucht werdet. Ohne euch sind die Zirmen verloren. Pah, ich würde diese Klötze vom Gourabi-Gebiet gleich noch einmal in Einzelteile zu legen, wenn sie nicht schon zersprungen wären. Und sie haben nicht nur eines meiner Zirmenhäuser zerstört, sondern auch einige der Zirmenkasernen. Ja, eure Harmenheit. Ich bitte abermals um Vergebung. Ach, ich merke, jetzt ist das eine Faust. So sehr wir Zirmen eure glorreiche Rückkehr auch feiern wollen, so bleibt dafür nun leider keine Zeit. Wie recht, Sie haben, Kommandantin. Es wird Zeit, dass wir diesen Ort wieder aufpappeln. Aufpappen. Ich möchte die Gebäude reparieren, aber dafür benötige ich Helium. Um Helium zu gewinnen, muss ich es abbauen. Wenn ich sage, meine ich da die Zirmen einer meiner Zirmen-Ente-Station. Also zunüber zum Helium-Riss gehen und eine Zirmen-Ente-Station beschwören. So, hier muss ich jetzt das Ding bauen. Ah, welch Augenschmaus. In den grönen Landen soll es weitere Helium-Risse geben. Wir sollten noch mehr Zirmen-Ente-Stationen beschwören, um den Helium-Abbau zu beschleunigen. Wir müssen jedoch sicher gehen, dass sie bewacht werden. Denn einige Bösewichte werden versuchen, sie zu zerstören. Lass uns jedenfalls mal mit dem ersten geringen Ertrag des Heliums die ersten zerstörten Gebäude reparieren. So. Die haben immer dieses Symbol, die repariert werden müssen. Hingehen und einfach A halten, ne? Ne, R. Ich krieg' ja jetzt das Material, was dafür nötig ist. Ich kann ja auch hier einmal reparieren. Also, wie ihr seht, es ist nicht nur so auf einer RPG-Map hier, wie man es bei Megaman und Co. kennt, sondern halt auch so wirklich strategie-mäßig. Kommandantin! Ja, eure... Ja, eure Heier-Harmheit! Nachdem ich so glorreich an dem Tag gerettet und die Gebäude repariert habe, die sie während meiner Abwesenheit versäumt haben, zu beschützen, ist bestimmt ein Teil meiner Zirmen-Armee einsatzbereit, um ihre Arbeit zu verrichten, nicht wahr? Selbstverständlich! Die Zirmen sind einsatzbereit! Und erwarten eurem Befehl! Ich kling' wie Gollum. Das wollte ich hören. Wir müssen Zirmen rufen, damit sie die Zirmen-Kasernen beziehen und für mich in den Kampf ziehen. Okay, jetzt muss ich drei Zirmen rufen. Habe ich gemacht. Was ist das hier eigentlich? Fürs Erste sollten die Zirmen alles unter Kontrolle haben. Eure Herrlichkeit! Sehen Sie nicht, dass ich gerade mitten eines Tutorials bin! Was gibt es? Bitte verzeiht! Ich wollte euch nur informieren, dass wir während ihrer Abwesenheit einen Zugang zu Gumbo freigelegt haben. Oh, das sind großartige Neuigkeiten. Wenigstens habt ihr irgendwas zustande gebracht, während ich weg war. Ihr seid so gutig, mein Herr. Bis weiterhin haben wir die Existenz eines Domasteins im Inneren festgestellt. Wir gehen davon aus, dass ihr durch den Gewinn diese einen Teil euren Kraft wieder erlangt, die euch genommen wurde, als ihr von dem Wächter verbannt wurdet. Und auch die Barriere zum Gurali-Gebiet wird damit aufgelöst. Der Tag wird immer besser. Wir sollten da rein und diesen Stein finden. Mit diesen Steinen wird die Sicherheit meines Reiches gewahrt sein. Das macht doch die Suche nach deinem Mann einfacher. Vertraue mir. Sie halten hier die Schillung, Kommandantin. Wir werden nach Gumbo aufbrechen und es erkunden. Sehr wohl, mein Herr. Kurze Frage. Ja, ich kann doch auch hier speichern. Oh, und ich kann Skates leeren. Okay. Das wird größer, als ich dachte. Ähm, ich will auf jeden Fall einmal abspeichern. So. Und dann hier für heute Schluss machen. Wir können ja beim nächsten Mal weitermachen. Ich will auch erst mal sehen, wie gut das bei euch ankommt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja ein Abo und ein Like da lassen, wie hier immer so schön angezeigt wird. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Tschüss.